Einen wunderschönen guten Morgen Leute. Wir sitzen gerade auf dem Dach unseres Hochhauses in der Skybar und sind heute extra früh aufgestanden, haben uns einen Wecker gestellt auf vor 6 Uhr morgens, um aufzustehen und den Sonnenaufgang zu fotografieren. Schräg, schräg zu Timelapsen, aber das habt ihr ja eh schon gesehen. Und mein Gott, ist das eine krasse Aussicht. Ich kann es immer nur wiederholen, es ist so bombastisch geil hier oben zu sitzen. Ich habe ein bisschen Angst hier mit der Kamera über dem Geländer, nicht dass die runterfällt. Und es ist so früh morgens, ich muss erstmal einen Kaffee trinken. Wir haben ja extra noch einen Kaffee gemacht. Aber der Kaffee, wisst ihr, der ist lang nicht so gut wie der Kaffee, den ich in Australien immer hatte. Aber wisst ihr noch was? Den australischen Kaffee, den könnt ihr sogar hier probieren. Denn er ist endlich angekommen. Ja, Freunde, ihr wisst es ja, ich will Kaffee verkaufen auf Amazon. Und die erste Lieferung Kaffee ist doch tatsächlich jetzt eingetroffen und ist live und ist alles und ihr könnt ihn jetzt bestellen. Link ist unten in der Beschreibung. Also wenn ihr mal diesen Kaffee auschecken wolltet, den ich da in Australien ständig gesoffen habe. Ja, ich verkaufe den jetzt. Voll geil. Und die Tage wird dann auf jeden Fall auch nochmal das Video kommen über dieses Amazon Affiliate Academy, die ich mir da besorgt habe. Vom Luke. Ja, und dann gibt es da mein Fazit zu, ob sich sowas lohnt, ob sich das nicht lohnt und was man davon hat. Und heute stehen ein paar Sachen auf dem Programm. Heute haben wir ein paar Sachen vor, ne? Soll ich euch schon sagen, was wir heute vorhaben? Nein, dann schaltet ihr ja schon wieder aus. Nein, dann müsst ihr ja dranbleiben. Müsst ihr gucken, was es gibt. Ja, ich habe es geschafft. Genau. Kann ja auch sein, dass wir voll wieder abfehlen, aber es wird cool heute. Bleibt dran. Seid gespannt. Wir sehen uns gleich. Bevor wir jetzt aber überhaupt irgendwas machen, Annika, bringen wir schon den nächsten Kaffee, müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Ich arbeite ja noch für die australische Firma, für die ich die fast letzten zehn Monate gearbeitet habe. Aber bevor ich jetzt irgendwas mache, müssen wir erstmal frühstücken. Und zum Frühstück gibt es so typisch thailändisches Zeug, was du ja richtig genial findest, dass die Thais alles in Tüten packen. Also Lebensmittel, aber auch Getränke. Du siehst voll oft so einen Thai und der hat dann einfach so einen Plastikbeutel mit einem Strohhalm drin. Weißt du, gehst da einkaufen und dann kriegst du deine Cola oder deinen Eistee in der Tüte. Total verrückt, total crazy. Heute machen wir nochmal was richtig touristisches, was man einfach mal gemacht haben muss, wenn man in Bangkok ist. Wir sind im Unicorn Café, dem Einhorn Café und hier ist alles so richtig, richtig bunt und schrill und ich weiß nicht. Es ist ein bisschen verrückt. Annika bestellt uns jetzt was zu essen. Es gibt einfach so viel Kram hier und alles ist so bunt und Einhorn. Wie zum Beispiel der Einhorn-BBQ-Burger oder den Galaxy Star. Was gibt's denn Gutes für uns, mein Schatz? Einen komischen Shake und Einhorn-BBQ-Burger. So, guck mal, unser Shake ist schon da. Der hat so Sterne und Sprinkles drin. Holy shit, ist der süß. Schmeckt so ein bisschen säuerlich, aber ich hab keine Ahnung, ich hab noch nie was vergleichbares getrunken. Aber hier gibt's was richtig cooles, ich zeig euch das mal. Furchter Traum von mir im Einhorn-Café. Das ist so geil hier. Das ist schon so ein bisschen abgefragt. Das ist so geil. Das ist so geil. Das ist so geil. Das ist so geil. Ja, dann gucken wir mal, wie das Einhorn schmeckt. Ich hoffe, das ist frisch geschlachtet worden für uns. Habt ihr schon mal Einhorn? Es schmeckt nach Regenbogen und duftet nach Osen. Mh, das schmeckt mega geil. Mh, gute Fake-Aorn-Sirup, Lebensmittelfarbe und jede Menge Schokolade. Ist ja auch so widerlich schlecht. Nicht mehr ganz so sehr. Wir sind nämlich eine dreiviertel Stunde oder so Uber gefahren für dreieinhalb Kilometer. Leute, Bangkok-Verkehr krank. Sieht schön aus. Oh ja, jetzt sind wir beim Benja-Kitty, Benja-Kitty? Benja-Kitty-Park. Benja-Kitty, ja. Benja-Kitty-Park und das ist ein kleiner Ruheort mitten der großen Großstadt und wir versuchen uns jetzt hier irgendwo ein Kanu zu besorgen. Ja, das ist so ein Tretboot. Ein Schwanentretboot und dann fahren wir mit dem Schwanentretboot über den See. So. 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 Hier im Park ist direkt richtig angenehm leise und nur 50 Meter ungefähr in die Richtung ist Hauptstraße und da ist einfach so extrem laut und hier richtig angenehm. Oh, ich glaube, ich habe ihn aus Versehen geweckt. Halbe Stunde Boot fahren, 40 Bart, das ist umgerechnet ein Euro. Ich glaube, so günstig bin ich noch nie in meinem Leben ein Tretboot gefahren. Hast du deine Tasche? Ja. Ein bisschen rumfahren, ein kleines Foto machen. Aber auf jeden Fall eins mit Dach bei der Sonne hier. Okay, wir müssen lenken. Hast du einen Timer gestellt? Nee, aber sag Siri doch mal, sie sollen einen Timer stellen, dafür ist die alte doch da. So, auf geht's. Stell einen Timer auf 30 Minuten. Jetzt werden wir wie immer zusammen viel Spaß haben. Ich viel und Annika Spaß. Gar nicht, ich trete auch. Wir brauchen jetzt ein Foto von Ani. Ja, scheiße. Aber wir brauchen heute gar nicht mehr ins Fitnessstudio. Wir haben ja jetzt dann hier schon getreten. Stimmt, und wir haben so viel geschwitzt. Aber wir haben auch, äh... Boah, ich habe gestern geschwitzt im Fitnessstudio. Da konnte ich mein T-Shirt danach ausbringen. Das ist gerade im Schadenfall, die Timer und die Bötchen. Hä? Ja, so muss das sein. Aber wir haben ja ein Dach. Ja. Das ist halt so wild. Oh, hi, Annika, ich kann nie mehr. Und da einen wird's lost auf dem See. Ich habe so ein bisschen Befürchtung, dass das Ding hier abbricht. Und ich kann gleich einfach hier so umtreiben. Puh, Annika geht gerade richtig steil. Die gibt hier Vollgas, aber mit dem Lenken hat sie es nicht so drauf. Und ich bin mir einen am absaften. Das ist auch mega heiß. Wir sind jetzt ein bisschen über die Hälfte der Zeit haben wir schon rum. Jetzt müssen wir langsam zurückfahren. Sonst würde unsere... Äh, wie nennt man das? Unser Pfand? Kaution. Ja, unsere Kaution. Weißt du, wenn die die abziehen, dann müssen wir leider das Ding hier mitnehmen, weil dafür ist die Kaution ja da. Da musst du mal bedenken. Das ganze Teil hier, dieses Tretboot, kostet 40 Bar nur. Ja, 1 Euro. Dann fangen wir damit nach Hause. Und meinst du, wie kommt man damit auf der Straße? Vielleicht finden wir hier jemanden, der uns hinten anbindet. Und wie geil ist mir das denn? Tretboot durch die Bank kommt. Boah, das Litsch nass geschwitzt, ey. Und man, wart ihr das letzte Mal Tretboot fahren? Bestimmt nicht in den letzten paar Wochen, oder? Ja, ja. So, bei uns gibt es jetzt Abendessen, und zwar diese supergeilen Maultaschen-Dinger. Keine Ahnung, was das ist. Die habt ihr bestimmt schon mal beim Chinesen gesehen. Richtig lecker die Teile. Aber, den restlichen Tagen werde ich jetzt noch arbeiten. Deswegen wird heute nichts mehr passieren. Und ich würde einfach sagen, ich bedanke mich jetzt fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Und schaltet morgen wieder ein. Oder morgen, oder wann auch immer das nächste Video kommt. Viel neue, tolle Abenteuer auf Reisen. Und bis dann. Ciao.